Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Und willkommen zurück zu Metro Last Light, mitten in der Nacht an der Oberfläche. Wir dürften hier eigentlich gar nicht mehr sein. Triff dich in der Kirche mit den Rangern. Die Gasmaske nehme ich mal ab. Denn uns mangelt es an Filter. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Dinosauris sind schon hier. Irgendwo. Scheiße. Er lief genau auf mich zu. Ah. Wohin, wohin? Bloß sich in den Sumpf fallen. Mehr Filter. Vier Minuten dreißig habe ich. Ich habe ja immer eine halbe Minute ungefähr mal Zeit ohne eine Gasmaske. Und da hinten warten sie auf uns. Und es scheint dieser Palast zu sein. Den ich noch im Helden gesehen habe. Irgendwas ist da im Wasser. Das ist das. Da sind sie wieder Ich hab noch 10 Messer Hoffentlich klappt das Ich dachte schon, ich hab's aufgeschreckt Nein Da kommt einer Da ist einer Das war nicht so geplant Jetzt hab ich auch zwei Messer verschwendet Und eine Menge Munition Und eine Menge Zeit Das war Oh So voll Ach ne Nein Nein Das kostet wieder zu viel Zeit Das kostet wieder zu viel Ich muss so viel Zeit raus holen ohne Filter wie es geht Oh Ich seh nichts Oh Weg Er ist schon mal weg Da sind wieder die Fahnen Hier war ein großer Bogen Und das Leuchten Und das Leuchten Da geht's hoch Der hält ein paar Filter fest Was hat der hier? Nix Jetzt wissen sie zumindest dass ich da bin Munition Munition Das war eine Miene Das war eine Miene Bin ich Ah hier Hier So die Filter da holen Oder eher gesagt den einen Filter Hier war die Munition Ah da So ein dünnes Seil So ein dünnes Seil Genau wie hier Da bin ich aber durchgelaufen So 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 Das ist ja noch Auch ein Filter Jetzt habe ich knapp fünf Minuten auf dem Tacho Jetzt habe ich knapp fünf Minuten auf dem Tacho Ach und ich habe äh Jetzt nach 25 Folgen erstmal nachgeschaut warum ein paar Filter zwei Minuten haben manche haben fünf Das ist äh Das ist äh Wohl unterschiedlich Hätte ich auch selber drauf kommen können Und das ist Anna Anna die uns in den Stich gelassen hat In den Stich gelassen hat Ist durch Ihre Mangelnde Hilfe Fehlenden Hilfe Hä Können uns die Faschisten erst fest nehmen Und da haben wir ja dann auch Pavel getroffen Da lang Kann man da drauf stehen? Nein! Tot! Wenn ich jetzt mit Gasmaske reinspringe... Jetzt schwimmt er! Hier bin ich! Scheint ja noch nicht mehr so weit der Weg gewesen zu sein! Keine Fallen!